Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz Die Zahnfee Heute gibt es das Lieblingsessen von Peppa und Schorsch. Spaghetti. Was für ein Lärm. Fertig. Jetzt herrscht wieder Ruhe. Was ist das? Ein Zahn. Wo ist der hergekommen? Peppa, schau doch mal in den Spiegel. Oh. Es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, Peppa. Es ist doch ein Milchzahn. Die müssen ausfallen. Kriege ich einen neuen, Mama? Ja, der wächst nach, Peppa. Und ganz bestimmt kommt die Zahnfee dich besuchen. Die Zahnfee? Die Zahnfee? Ja, die Zahnfee. Wenn du deinen Zahn unter dein Kissen legst, kommt heute Nacht die Zahnfee. Die Zahnfee holt sich deinen Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler unter das Kissen. Wenn ich groß bin, will ich eine Zahnfee sein. Und was willst du werden, wenn du groß bist, Schorsch? Saurier. Ein Dinosaurier. Schnell, Schorsch. Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Peppa und Schorsch die Zähne. Peppa, was machst du da? Ich putze meinen Zahn, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee. Peppa kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sie legt ihren Zahn unter das Kissen. Für die Zahnfee. Schlaft gut, Peppa und Schorsch. Schlaf gut, Mama. Schlaf gut, Papa. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppa schläft tief und fest. Hallo, Peppa. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Peppa. Schlaf gut. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppa. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra. Du hast also doch geschlafen, oder? Ähm, also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die schläfrige Prinzessin. Für Peppa und Schorsch ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden. Mama. Papa. Ja, Peppa. Kriege ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will Schorsch keine Geschichte mehr hören. Schorsch, willst du eine Geschichte? Sag ja. Ho, ho, ho. Na gut. Das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen. Ich glaube, ich erzähl mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Peppa, wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Ho, ho. Ja, es kommt eine Prinzessin vor. Hm. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit liebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja. Sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Äh, ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt. Die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls. Er sah gut aus. Wie? Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. So, ja. Dinosaurier? Oh, ja. Es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je. Vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig. Oder, Papa? Tut mir leid. Nein. Der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz. Ups, hoppla. Das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also das war so. Die Sonne ging unter. Und der Mond und die Sterne gingen auf. Und alle wurden schläfrig. Aber am schläfrigsten von allen war die schläfrige Prinzessin. Peppa, bist du müde? Nein, Papa. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin überhaupt nicht müde. Jemand anderes schon. Und der Dino. Und die Prinzessin schläfrig, dass sie sofort einschlief. Danke für das Märchen, mein König. Zu Diensten, Majestät. Eine wahrhaft königliche Gute-Nacht-Geschichte für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Himmelsdrachen. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park. Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen. Schorsch will es als erster versuchen. Schorsch läuft so schnell er kann. Aber der Drachen fliegt nicht. Schorsch, du machst das ja ganz falsch. Du warst nicht schnell genug. Und jetzt bin ich dran. Peppa rennt so schnell sie kann. Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen. Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht. Egal, wie schnell ihr lauft. Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt. Schaut mal, der Wind ist endlich da. Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind wählt jetzt wirklich sehr stark. Schorsch! Peppa! Danke, Papa. Jetzt ist Papa Wutz dran. Hurra! Höra, höra! Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Oh je, der Drachen hängt im Baum fest. Oho! Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra! Ähm, ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja? Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig. Nur noch ein bisschen Reiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn. Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Ha! Hurra! Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh je, was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra! Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matschepampe rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Pepper und Schorsch lieben Matschepfitzen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Matschepfitzen machen mindestens genauso viel Spaß. Ich bin Pepper Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Prrrr. Pepper Wutz. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Pepper kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mieze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Pepper. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Balance. Mir gefällt die Hüftburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Pepper. Dann bis später, Pepper. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Saurier. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurier-Ballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Pepper als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Danke schön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Pepper, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Pepper. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wäre es mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch. Tiger sagen nicht Wurf, Wurf. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Ah. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Saurier. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra. Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nimm das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oh, oh, ja, ja. Was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh, je. Ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So. Wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Ho, ho. Nein. Es ist ein... Sousia. Das stimmt. Ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Sousia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüftburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüftburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das neue Auto. Heute macht Familie Wutz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppa und Schorsch fahren sehr gern mit dem Auto. Seid ihr startbereit? Sind wir. Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oh je, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa? Ähm, äh, ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wufs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wutz. Opa Wuf hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wutz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wuf? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern, solange dieses neue Auto ausleihen. Hoorah! Dankeschön, Opa Wuf. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wuf. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihrer Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster. Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein. Ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeck zu Schalter? Ups, Fehlanzeige. Aha, das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dummer Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Aber jetzt regnet es nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ähm, ja. Welcher Schalter war es noch? Der rote war es. Hurra! Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra! Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das Neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns. Nicht wahr? Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ballettunterricht. Peppa besucht ihre erste Ballettstunde. Das ist Madame Gazelle, die Ballettlehrerin. Ah, so. Da ist die kleine Peppa. Du willst also tanzen lernen. Hallo, Madame. Ah, wie süß. Willkommen zu deiner ersten Ballettstunde. Ich hole dich nachher ab. Bis gleich. Viel Spaß. Bis später. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Kinder. Wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-Plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Ebt eure Arbe. Stellt euch vor, ihr wärt ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan. Miau. Nein. 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 Grazie und Anmut. Teppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama. Ich hab wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa Wutz und Schorsch und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz zu Hause. Papa, Schorsch. Ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht. Aber für dich und Schorsch und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut. Also ich mache das jetzt erst mal vor. Und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt. Aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah. Ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Part de deux. Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Ho, ho. Überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja. Denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Brrrr. ARD Text im Auftrag von Funk